4S geht wo hoch? Habe ich nicht verstanden. Ah, okay. Also, die Mini-Art überholt mich gleich. Ja. Diese Stelle. Krasse Scheiße. Das ist ne Spaß, Arti. M6 hinter der Ecke. Ja. Du kommst an das Teil ran, da hinten in Dornberg, gell? Ja. Das ist die Brit-Nachricht, die ist richtig gut da. Ja. 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 Ja, der Plan löst halt rum. Da kommt der nächste Kandidat. Steht nur unter Leiche. Der geht nicht zu. Mini-Art, dein Job. Das ist nicht so doof, Alter. Ja. 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 Irgendwas stimmt da mit dem Fahre jetzt ja nicht. Die haben Angst. Na klar doch. Können wir uns denn den Churchill-Dozenten zu gemüte führen? Achso ey. Das Ding ist knüppelhart. Wir haben keine 1 erst mehr. Nein, das Ding ist knüppelhart ey. Ach Conny, ja öffze la mit ihren Weichkeks. Mach. 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 Will ich sehen. Los. Der verkloppt dich. Da ist voll. Weil er es alleine machen wollte. Hab ich gerade gesagt, du Eiermorder, du hast mir Schiss. intel. Ich bin schneiden. Ungericht hat euch geschenkt. Wir haben ihn besuchen, aber nicht ganz gut. Boatten! Er hat unsere Fahrer ausgesucht. Doch nicht! Ich muss den Klimaώνeln! Wir haben ihn. Ich liebe alle. Hm. Oh. Audi, kannst du wirklich auf den Klautschern? Auf einmal! Wie viel ist denn der Hellcat noch drinne? Die ist fast voll. Pass auf, wie vorher ist er da oben an die Kante ran und schießt ihn von oben an. Gruben, du musst mir helfen, dass du die Hellcat anschießt. Ja, sobald die aufgeht, aufkriegen könnte, ist das kein Problem. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Halt dich doch, ich war doch dahinter. Ich wäre extra ein Stückchen zurückgefallen, dann konnte ich nämlich nicht mehr schießen. Die Hellcat, auch die kannst du wirken. Ich kippe dich rein. Du bist um die Rand von da aus, Hellcat. Du hast mal Ruhe die weg. Ich bin jetzt da oben wahrscheinlich. Ja, bin ich. Ich bin jetzt da oben drüber. Hälfte nicht. Ich bin jetzt da oben drüber. Guck mal Marsch zu mir. Okay, kannst du den da reindrücken? Keine Ahnung, ich kann mich hier reindrücken. Alla. Die Hellcat wäre nicht offen bin. Zahne Scheiße. Weil der Großse zur Hüfte durchst. Gehalte, er kommt vor. Ich sehe es. Ich habe wieder Zeit. Getrackt. Ja, ja. Ich lenke den ab. Ich lenke den ab. Bring auf. Alter, ich habe noch 100 Leben. Nein, doch. Dann zu dir. User joined your channel. Hallo. Alter, ich kann die im Stach schießen. Super. Alles gerechnet. Das waren fast diese Grünen. Das war die Nachbarn. Das war's. Ich bin so super. Das war's.